Ritscherin fragt Pete Smeet. Wie hättet ihr euch genannt, wenn Pete Smeet bereits vergeben gewesen wäre? Die Springspinnen war auch kurz Thema, weil Bram und Hadi sich damals so genannt hatten. Okay. Wir haben einen guten Tag zusammen. Willkommen zurück. Zu Football Tactics in Glory. Das war schwedisch. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Adventure Map. Die Daily Show mit Jey und Peder. Äh, und Bram und Wörleu. Die Daily Show mit Jey und Peder. Okay. Fände ich interessant. Laufst du dir wirklich? Ja, ja. Hoffentlich. Ich hab ne geiles Stützchen. Wie hast du das mit... Oh, fuck! Oh, shit! Oh, shit! Oh, Peder, jetzt bist du im Wasser. Du hättest ihn mit dem Bazooka einfach töten können. Oh, warte mal. Ich kann dir die Haare suchen hier. Wow. Yeeeey! Ich hab noch mal einen Trick, Peder. Ich mach dir noch mal die Haare. Oh, 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 oh. Jetzt brennt mein Dynamit leider schon. Jey geht weg. Liefa! Ja! Alter, Scheiße! Die Babys sind weg. Nein, ich hab dich. Du kommst mit. Bram, komm mit, komm mit. Komm mit, Bram. Lass mich. Eine Gühnchenpresse. Ja, Bram. Sieht nicht gut aus, he? Sieht nicht gut aus für dich? Das ist so langsam. Okay, jetzt versuchen wir mal so schnell wie möglich hier durchzuballern, Junge. Dsch, dsch. Komm, einsteige jetzt hier, ihr Fotzen. Wer versperrt hier die Tür? So stelle ich mir meinen Busfahrer vor. Tür auf. Komm, einsteige jetzt hier, ihr Fotzen. Einzelstandard 1. Töller. 1, 5... Alter, bin ich hier im Höhrenhaus, oder was? Oh, krap! Oh, tschüss! Stachel aus! Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Super! Christian! Stachel aus! Ich bin ich letzter, du Dix. Das war nicht mal geplant. Dann kriegst du zurück, Christian. Sei doch froh, hier geht gerade richtig ab. Fick dich, Alter, ich bin letzter geworden. Christian, komm, du hast noch ne Chance vorm Ziel. Ja, ist ja gut. Wie er wieder umdreht. Oh, hi, Chris. Was geht ab? Hallo, Christian. Das bin ich! Nein! Letzt mich raus! Christian, lass du mich blockieren! Jetzt häng ich hier fest! Christian, ey! Ich konnte die Kurve nicht einsehen. poorer und hallo! Wir müssen graduate, die schinnt! Wir müssen ich durch específic schützen. Christian! Christian! Ich werde einen Angieten für dich machen! Christian, ich werde einen Angriff für dich machen. Christian! Du wirst mich aberasseいつ nehmen! Christian! Ich werde einen Angriff für dich machen! veces bin ich. Bum, zumal Herr Bus ist! Braum, denken Sie nichts ob Gö Escैes Du haust mich schon wieder weg, Fick! Alter, wenn du Sepp den Sieg gönnst, ne? Er schenkst, ne? Verzeih ich dir nicht. Wenn du dich jetzt selber... Das wäre okay, wenn du mich tötest. Aber wehe, du tötest dich dann nicht. Geh da rein, geh weg! Nein! Du bist so ein Lutscher, Christian! Stache aus! Du bist so schlecht, das ist unglaublich, ey! Sepp gewinnt zu Recht! Nix! Nix ist da auf Seite rot! Er hat nix meister erlittener Schaden! Ja, ich auch nicht! Ich hab dem Pony ja gesagt, aus Felder, ey! Muss ich fragen... Das ist jetzt ja... Aus Felder?! Heißt nicht das Pferd so? Das heißt... Meteora heißt doch das Pferd! Meteora? Das ist ein Album von Link. Boah, der Maul, Alter! Ne, Moment! Ne, Moment! Meteora heißt das Pferd! Aus unserer DSA Challenge! Stimmt, genau! Die kenn ich! Was? Nein! Da wurde geklickt! Das ist Tanza, oder? Ich wollte gar nicht klicken und hab nur darauf reagiert, ich weiß! Aber ich hab nur darauf reagiert, und dann Peter was gesagt! Und dann weiter was sagt! Ich muss klicken! Ich hab alles geklickt! Nein! Maradonna! Alles fertig! Maradonna geht noch in der Menge feiern! Den dritten platzenden Fragetinien! Hahahaha! Where is that? Fuck! Er holt sich den Applaus an! Oh Gott! BlackLuna fragt Pete Smeet Führt ihr manchmal auch Selbstgespräche? Ne! Denke mal, das machen nur Psychos! Ich führe tatsächlich super viele Selbstgespräche! Gerade wenn ich irgendwas am Rechnen bin und so weiter, rede ich halt selbst mit mir, um die Ergebnisse immer wieder zu challengen und... Ah, du bist ausgestiegen oder was? Sag doch mal, du Funze! Ja, aber Peter, das ist doch der Garner, der kann dich doch kaputt gehen! Hahahaha! Hahahaha! Wir wurden ja auch geschossen, Peter! Hahahaha! Wir könnten eigentlich mehr Lagerfeuer machen, damit wir mehr Knochen haben! Ja, Alter, wir machen hier... Lass doch nur Duschen bauen vielleicht! Und die ganzen Leute da rein! Hahahaha! Hahahaha! Alter, Peter! Hahahaha! 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 Alter, leck mich doch am Arsch! Hahahaha! 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 Gerade hat er sich auch gefreut, in den Knast zu gehen! Hahahaha! Hahahaha! Neiiin! Oh Gott! Ne! Ich bin充! Dritter. Der ist hinter dir drauf gefahren, du hast mich durch die geschubst. Nein, ich habe keine Lust mehr. Ich bin rechts an dir vorbeigefahren, hab dich nach links weggedrückt. Ich habe keine Lust mehr auf dir. Meine Cardwitch ist oxidiert, mein Spiel funktioniert nicht mehr. Ich hab dich nach links weggedrückt. Alter, der Netcode ist schlechter als Wolfteam. Kann doch keiner was gegen sagen. Weil Wolfteam besser ist. Da sag ich auch nix gegen. Als zweiter warst du nicht. Als ob die Japaner nicht mal irgendwie zwei Zahlen hintereinander schreiben könnten. Lass Jay that machen, der kann da dir sagen. Das ist nicht mein fucking Job. Ich muss mich darüber aufregen und das Spiel spielen. Ich muss das jetzt. Dann wäre eine viel bessere Werbung für die, wenn die das vernünftig mal programmieren würden, diese Huren-Söhne. Okay, jetzt wird's aber böse. Wir können jetzt hier, äh, hier neuen Gewinn spielen. Was? Was? Scheiße, das habe ich nicht gesehen. So, abwärts. Hat Peter nur vier Zehn? Nein! Ich hab fünf Zehn. Eins, zwei, drei, vier. Krass. Das wäre noch nie aufgefallen. Ja, fünf Zehn. Was? Das stimmt doch gar nicht. Kali, drei, zwei, oh Gott. Pfff, pfff, pfff. Pfff, schmisse. Sorry. Nee, da kann ich nicht mal sein. Fäder, Fäder, Fäder. NERCH! BIL IH VOR BRAM! Hahahaha! Nein! Hahaha, du Loser! Alter, dieser... Der Modeltyp hat mich so hat gefickt in der Röhre, ey! Geil! OOh! Wer wohnt denn nach einander aus ganz tiefem Meer? Als Ansteig musstest du jetzt nach hinten... Nein, du kannst als Busfahrer, wenn du aussteigst, die Leute nach ihren Fahrkarten kontrollieren. Alles klar, darf ich bitte ihre Fahrkarte sehen? Okay, ich stehe mitten auf der Straße. Okay, alle haben ja eine gültige Fahrkarte. Dann kann ich ja weiterfahren. Und, hallo! Ich bin dabei! Ohohohohohohhh! Oh nicht mich bitte! Oh shit! Oh nicht mich! Ich dachte ihr wollt mir helfen! Woh... Wenn ich's festhalte... ... dann fliegt er auch noch. Oh nein... Ey, jetzt bin ich Block gefangen! Was stimmt denn mit denn nicht? Alina, Jacques Schulz musste... Einfach mal die Formel 1 Compilation von Jacques Schulz bei... bei YouTube angucken. Das ist einfach nur awesome. Bester, bester Kommentator. Anfall! Anfall! Schubachas draußen! So geht das ab. Mega nice. Die Mutter von Donald hat drei Kinder. Tick, Trick und Traki. Tick, Trick, Trak. Ja, ist richtig. Moment, die Frage macht gerade keinen. Die Mutter von Donald. Da wurde, glaube ich, nicht richtig nachgedacht. Da wollte jemand lustig sein, Sven an dieser Stelle, der es nicht geschafft hat. Ich nehme die Frage einfach mal raus. Ich nehme wieder die Akku. Ja, die Kasse! Jawoll, Alter, gönn dir ein. Ruf mal schnell Katja. What is this about? Dann ist ein Kommentar bei Peder unter dem Video. Das ist absolut krass. Vielleicht hast du eine Sorge. Damit bekommt Christian seinen Punkt. So nice. Das war voll ins Flow gestrochen. Aber okay. Oh fuck. Nein! Genau den richtigen Widerhilfe. Das hat eine Clusterbomb. Nice! Alter, die trifft dich doch auf. Boom! Einer wieder groß klatschen. Einer wieder groß klatschen. Einer wieder groß klatschen. Einer wieder groß klatschen. Glückwunsch, du hast mich getötet. Und Bram war schon nicht schlecht. Das war schon stark. Das war schon stark. Das war der beste. Pass auf, jetzt habe ich einen Stoff dran gemacht, Christian. Jetzt war ich hier L. Naja, und jetzt hast du eine brennende Axt. Kann ich nicht brennend machen. Halt dir einfach mal in das riesen Feuer da rein. Oh shit! Ich glaube ich habe den Peter gemacht. Ich fand aber das Feuer auch nicht so geil platziert, wo sie eigentlich zugehen. Hast du gerade... Das war unser Feuer. Nein, habe ich nicht. Alter, diese Fliege geht mir gerade so hart auf die Seite. Ja, dann iss sie doch einfach. So, es geht weiter. Nein, ich kann sie nicht essen. Du bist so in der Zunge, weißt du. Aufpassen, das kostet immer noch ein. Ohhhh, die Bettinlein ist ausgestiegen. Hab ist ausgestiegen. Und dribbelt den Ball in Richtung eigenes Tor. Jetzt müsste Bragettin hier nur noch... Schuss! Mach ihn, du bist drüber gefahren! Der ist drüber gefahren! Mein Auto wird entfernt, sag ich jetzt. Oh, erstmal Mono. Geh ins Gefängnis, geh ins Gefängnis, geh ins Gefängnis. Geh ins Gefängnis. Nein! Das ist doch hier... Du gehst gleich am Gefängnis. Stimmt! Bram tötet dich nicht! Bram ist tot! Du kannst nicht... Aber pass auf, der Paschen wird noch spannend. Jawoll! Nice, Christian! Das Gefängnis hat gewonnen. Das Gefängnis hat mir gefickt. Staatskosten. Ich bin offiziell am Gefängnis. Voll geil! Tida! Oh, ihr eigenes Fenster. Knast, 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 Knast. Sepp guckt einfach nie auf die Mini-Map. Oh! Jetzt ist der nicht in die Röhre gesprungen, Alter! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Problem. Das ist eine... Guck mal... ... Alter, das wir jetzt befangen haben. Kuck mal. Die Bullen haben vor der Röhre jetzt eine Straßensperre gebraucht. Geil! Das hat sie jetzt nicht mehr. Ich hat sie jetzt nicht mehr, die Pisser! WAAAH! AAH! Heilige Scheiße! Alter, das Vieh kam mir ins Gesicht gesprungen, während ich hier gerade abgebaut hab. Oh Scheiße! Ich glaub, durch den Schrei hast du uns alle erschrocken. Ja, ich hab mich auch erschrocken. Sepp, was tust du da? Oh, ich zieh mich gerade um. Hey, hey, hey! What? Was? Dafür geh ich auf Toilette? Ja, erstmal, dafür geht man auch auf Toilette. Würze Hose ist da nicht. Uff, der Typ ist einfach... Ich zieh mich am Sitz. Ohne Spaß. Voll das Mood Battle! Okay. Komm her! Ich muss nachladen! Oh, ich hab Sepp getötet! Ups! Nice trick! Upsi! Das hat nichts mit Strand zu tun. Nee! Nee, ist auch kein Grill. Dammit! Wer keine Ahnung macht, woran denkt denn Peter im Sommer? Zuhause sitzen und zuhause... Okay, woran denkt denn Peter im Sommer an? Elefanten? Was? Das ist doch nicht der Schlauch. Also hier der Russel. Nee, das ist kein Elefant. Hat der einen Knöpfen voll? Klimaanlage! Oh mein Gott! Yeah! Boah! Meine Presse ey! Klima, Alba! Harte Torak! Könnte das nicht auch irgendwie so ein Pokémon sein? Mit so einem Schwanz da hinten dran? Mittlerweile könnte auch so Pokémon aussehen. Ja das stimmt allerdings! Glimi! 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 Glimi, ey! Glimi! Das ist ein Eis-Pokémon! Passt da eigentlich! Eis und Geist! Das ist aber die Weiterentwicklung Peter. Am Anfang ist das nur ein Ventilator. Und das evolved dann zu Klima. Ja stimmt! Voll geil! Venti wird zu Glimi. Am Anfang ist das nur ein Elektrizitäts-Pokémon. Und dann wird's Elektrizitäts-Pokémon. Und dann wird's Elektrizitäts-Eis. Oh ja! Oh was sagt der denn jetzt? Zerbottel hingeschossen! Ich konnte nicht runter mit dem Ding! Ja dann ist doch wahrscheinlich deine scheiß Switch-Steuerung an! Jetzt könnte ich mir richtig oder was? Was ist das denn? Mach die Switch-Steuerung aus, Benni! Mach ich die aus! Was heißt denn Jay? Das ist ein bisschen übertrieben. Ja guck dir das doch mal an von oben. Ich hab den deutschen Urlauber gemacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht! Das ist natürlich auch nicht schlecht! Kann sein Penis ausfahren! Jawohl! Das war wohl klar! Geil! Oh guck mal! Der Eismann ist da! Mit? Wie awesome ist das denn? Kannst du nochmal dein Glied erheben? Ja sicher! Na das ist kleiner! Ist das größer oder kleiner als der Bauch? Ich glaub das ist ein größer oder? Ja das ist ein größer! Ja das ist ein größer! Ich wollte Peter nicht... Achso den Urlauber natürlich nicht ganz zu diskreditieren! Was? Hey hey hey! Ich wollte Peter äh 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 die... Entschuldigung ich hab nicht versprochen! Das heißt Arroganz ist egal und Peter.Smitz müssen sich auch zusammentun. Ohhhh! Dann kommt alle mich besuchen! Das sind wir auch nicht! Ok. Christian wir sollten uns zusammentun. Mit was für Ganoven spiel ich ja eigentlich? Das Gefängnis ist überfüllt wegen immer Bevölkerung! So, hier mit großen Schritten geht's jetzt auf dein Ereignisfeld und gehst in das Gefängnis. Da geht jetzt wahrscheinlich aufs Schlossallee oder so. Alter! Nein! Ihr seid einfach die größten Klassen, die es liebt. Ich geh euch jetzt erst mal ab. Ich muss jetzt ne 6 Würfel. Alter, was macht ihr denn da runter? Hallo! Könntest du aufhören, um welche Kabel anzuknöbbern oder so? Bist du ein Hamster oder was? Was machst du denn da? Pass mal auf! Sieht man nicht, ne? Warte mal. So, jetzt hat sich der Hund da unten... Einen Moment. Da. Ein bisschen in dem ganzen Kabelsalat verhangen. Emma! Emma! Emma, was machst du denn da? Du kommst doch nie wieder da raus. Ich muss mal eben den Hund befreien. Wie kann man nur so klug sein? Jetzt steht die da und guckt um. Emma, guck mal hier. Guck mal hier. Ich helfe dir. Ist das ein Korgi? Das ist doch ein Korgi. Der so zur Seite guckt, oder? Also, sieht aus wie ein tiefer gelegter Hund. Kleiner Stummelschwanz. Also, das sieht aus wie ein Korgi. Ne? Wenn das hier oben... Da, wo die... Keine Ahnung was ist. Ne? Da, da. Könnte auch nie im Fertz. Ja, mei. Ein deutsches Spiel auf der E3. Ja, mei. Jomai. Jetzt wird er wieder gelandet. Oh, oh, oh! 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 Die sind raus! Die sind draußen fliegen noch. Wir fliegen immer noch und sind jetzt am Boden. Jetzt landen wir! Nein! Ach komm, wir haben dich so geil. Outplay! Boah! Alter, Bram, ey! Du warst schon ganz schön nice mit deinen Düsen. Outplay! Boah! Wolltest du nur, wer länger fliegt, ey? Outplay! Ihr wart vielleicht Millimeter überwohnen mehr. Outplay von Bram, eindeutig. LpMoskenTV. 10 Euro. Spielen wir wieder Widget. War mega geil. Liebe Grüße aus Cannes und Wolfsberg. Ja, Widget. Tatsächlich ein ganz gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, warum wir aufgehört haben, das zu spielen. Irgendwas ging uns da auf jeden Fall auf den Sack. Es war zu... Ach ja, die Zuschauerzahl, glaub ich. Ich lieg auf der Seite, kann mich meiner finischen von euch. Wo liegst du? Ja, der rote Bus, der pinke Bus. Ich hab nur noch ein Leben. Wo? Wo? Da ist Dalu. Der pinke Bus, ich kann mich nicht mehr umdrehen. Da ist Caesar! Los! Ich hol mir meinen Punkt! Mach mal mal! Jetzt komme ich! Ich bin hier! Bumm! Sie erlebten! Das kann ich mal! Ah Mist, du bist laut! Jetzt mach ich Christian! Boom Junge! Take down! Gönn dir die Punkte! Ich bin schon geflogen! Wir machen Brustsex. Auf Wiedersehen系! Wieedia! Sp Walking Down und Yepy?! Wняmercecional pant josetакos Inside legion. Dann könnt ihr auf toys screams, Kannst du um Osso? diectame? Klasse! Er Sudan? So! Klasse! Also... America! Eating meglio! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.